Also der Philipp ist halt der Head of Startups bei der BIL, bei der Banque Internationale de Luxembourg. Das ist die... Der Französische ist ja noch besser als das Luxembourg. Genau. Wahnsinn, warum reden wir denn Deutsch hier? Ja. Alors, nous allons parler en français maintenant. Dem da. Dem da. Dem da. Wegen mir in der Tat. Ich bin der Kurden-Deutsche, der es hier leider rausgerissen hat. Aber die Hoffnung war, dass uns ein paar mehr Leute dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz... Und Lichtenstein und wo auch immer, wo sie Deutsch sprechen. Belgische Minderheit gibt es ja auch. Wie du Deutsch sprichst, dass wir uns alle zuhören. Nee, aber ich will nur sagen, genau, also wie war das denn jetzt aus deiner Sicht, also in deiner Rolle? Würdest du sagen, dass ihr jetzt mittlerweile mit diesem Programm dann eher Later Stage dann bei Startups Darlehen vergebt? Oder ist das wirklich über alle Phasen der Startups? Also das Programm ist fertig. Das war nur ein Fünfjahresprogramm. Wie gesagt, 2015 angefangen und ist jetzt 31.12.2020 ausgelaufen. Was sagst du, dein Job ist vorbei? Mein Job ist vorbei, ja. Das ist das 70er-Jahr heute hier. Deswegen hast du Zeit für die Zaubershow. Hast du auch gar keinen Anzug an? Nee, ja ganz genau. Ich hoffe, dass heute irgendjemand mich sieht und dann sagt, okay, den darf ich nicht haben. Es war von Anfang an nie Early Stage. Ah, okay. Wir haben, also wir haben zwei Regeln vom Fonds bekommen und wir haben uns auch nur intern zwei Regeln gestellt, die auf jeden Fall achieved sein müssen, dass wir überhaupt über eine Finanzierung nachdenken. Vom European Investment Fund haben wir eine Checklist bekommen und das Produkt oder die Firma musste eins von den Punkten matchen. Das war großem Modus so Innovative Criterias, weil die wollten effektiv innovative Projekte finanzieren. Bestimmte Branchen auch? Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, deshalb sage ich immer nur Projekte, weil das war branchenübergreifend und das war auch, ob das jetzt Startup oder 50 oder 100 Jahre alte Unternehmen waren, es ging nur um den innovativen Aspekt. Das war deren erstes Kriterium und das andere Kriterium war einfach, in welchem Bereich du dich bewegen konntest. Es ging an bei 25.000 und hör auf bei 7,5 Millionen. Das war so deren Range. Und wir intern bei der Bill hatten uns zwei Milestones gesetzt, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Eins war Proof of Concept, muss sie da sein. Wenn wir jetzt einfach banal zum Beispiel eine App finanziert haben, haben wir das nicht finanziert anhand von einer Photoshop-Markette. Also das war nicht die Idee, die wir finanziert haben. Das hat auch wenigstens auf irgendeiner Beta-Phase auf dem iPhone laufen müssen. Weil das haben wir zum Beispiel viel gehabt, wie gesagt, mit dem Traum. Du hattest morgens Leute da, da war es noch nicht mal eine Photoshop-Markette. Da war es eine Kritzelei auf dem Bierdeckel und das ist das neue Facebook und da brauche ich jetzt Geld für. Und Billions und Billions und Billions und Billions. Ja, super Idee bei mir. Genau. Und das war Punkt Nummer eins. Und das Proof of Concept musste wirklich da sein. Wir haben ja nicht nur digitale Sachen finanziert, Internet-Plattforms oder App-Developments, sondern ich hatte auch eine Finanzierung von einem Roboter, der angestrichen hat. Ah ja. Da hast du erst den kleinen Bruder reingeschickt, der hat dann mit Laser den ganzen Raum vermessen. Okay. Und danach hat er den Bruder reingeschickt, der hat dann angestrichen. Natürlich jetzt nicht für einen Raum wie hier, aber so Parkhäuser, wo du einfach Manpower brauchst zum Vergassen. Hast du den Roboter eine Woche reingestellt und der hat dann das Ganze angestrichen. Das heißt, der Roboter musste da sein und der musste laufen, weil alles andere vorher ist Family and Friends, Fancy Capital Business Engine. Das war dann milestone eins. Und milestone zwei war, wir wollten wenigstens, obwohl das nicht sehr viel wert ist, Letter of Intents haben. Das heißt, weil wir wirklich überschwemmt worden sind mit verschiedenen Projekten aus den verschiedensten Bereichen und wir haben einfach als klassische Bank, wenn ein Bäcker zu dir kommt und der sagt, ich brauche 100.000 für einen neuen Backofen, dann kannst du die letzten zehn Bäckereien aus deinem Schrank holen und schauen, wie das bei denen abgelaufen ist. Aber dann kommt jemand, der möchte eine Finanzierung haben für so einen Anstreichroboter. Du hast null Sachen zum Anpacken. Du hast keiner, wie lange läuft das Ding, was ist Break-Even, wie viele Quadratmeter musst du anstreichen, damit sich das rechnet. Du hast null Anhandpunkte. Und die Letter of Intents waren an sich für Sachen, wo wir wirklich keine Ahnung hatten, ob irgendjemand das am Markt haben möchte, dass da wirklich Kunden waren, die gesagt haben, okay, sobald du mit deiner App da live gehst oder sobald dein Roboter läuft, ich wäre bereit, den zu kaufen oder dann eben ein Abonnement zu nehmen. Damit wir eine winzige, winzige Sicherheit haben, dass irgendjemand sich da draußen am Markt dafür interessiert und als Hintergedanke natürlich für uns, dass da eben Geld generiert wird und der Kredit zurückzahlt wird. Ja. Vielen Dank.